Direkt runter. Camp Maxwell, das ist mein Ziel. Ich glaube, das muss ich öffnen jetzt. Nee, Camp Maxwell ist direkt unter uns. Nein. Doch, unter mir schon. Ich flieg direkt drüber. Warte, jetzt hab ich geöffnet, verdammt. Geh ich nach Gürna? Klar, Gürna ist auch geil. Ja, Camp Maxwell hätte ich nicht geschafft, wenn ich komplett runtergegangen wäre. Das hätte ich nicht geschafft. Du da jetzt? Ja. Ja, hoch rein, mach alles nass. Ja, ich bemühe mich. Weißt du, was ich hier drin finde? WTF? Wow. Zum großen Schweinchen? Ach man, jetzt bin ich nicht runtergegangen. Nur weil das so weit weg war. Jetzt muss ich nach Gürna laufen. ... ... ... ... ... So will ich das sehen. Hatte keine Waffe. ich hatte es auch nicht interessiert 21 bambis so gesehen getötet habe noch nicht gejuckt 21 kills sind 21 kills toll keiner sind gehörner ich bin ganz allein komm gleich das ist ein drop aber er hat noch nicht abgeworfen oder ja er kann schön viele menschen töten das war so einfach mein freund ich weiß zwar nicht wo der auf einmal herkam aber ich habe heute ein verdammt gutes aim muss ich mich selber loben ich sehe was laufen andere bergseite 17 grad wie viel meter sind das bei der baum gruppe da oder wo okay rip krabbel einer siehst du auf dem berg oben ich werde nochmal naja ich sehe ihn es hat doch eine entweder rechts von uns geschossen übrigens Sherlock oder war das der typ da oben ne war das von links oder von rechts von rechts weiter ah ich guck mal eventuell von da oben wo die hütte ist wo bist denn du jetzt so gerade ah da ist ein sport hatchback sport ich bin immer noch hier wo du mich zuletzt gesehen hast eigentlich auf dem berg hier oben ach da du stehst mit auf dem feld kann das sein ja konnte gerade die entfernung sind typen da oben nicht dass du ganz einschätzen ja wir müssen weiter ist aber rechts ja das ist die der hütte eindeutig die hütte vorne wo läuft wie läufst du weiter rechts ein bisschen sehr stark nach rechts ich laufe rechts oben von dir auf dem berg ja der sitzt da beim hatchback irgendwo oben am ach ich glaube ich sehe ihn bin von links auch noch beschossen ja mach mal ne ja da liegt er doch oh Gott ja ich habe nur noch 5 HP wo liegt er denn er liegt offen auf dem Feld oh Gott er wird wie tot da nice sag doch gleich dass der da liegt ey ich habe den gar nicht gesehen haben wir es weit in die Zone ähm 300 du vielleicht ein bisschen mehr hast du medikits das hätte nichts gebracht weil ich so weit versetzt war ja ja hast du medikits ja wie gut ach die hatchback da unten hast du achso den hast du nicht gesehen ach da ich dachte ja hinterm Haus oben dachte ich ja ich weiß auch nicht warum die sich mitten aufs Feld legen da achtet man eigentlich nicht drauf wo bist du du bist da unten okay ich bin rechtsüberhalb von dir aufnächst nicht dass hier einer gammelt hier oben am Berg bei mir meine ich alter was ist denn mit den Zirkeln ich habe das Gefühl wir sind nur am laufen ich meine okay wir sind drinnen aber Zone in der Mitte kommt zu uns Mitte ist genau da oben ja wie machen wir das denn jetzt gehst du ein bisschen über die Kuppe ich schaue hier unten so oder ja ich bin gerade hier am gucken ob hier irgendwas runter läuft aber ich glaube von der Seite sind wir ziemlich safe die sind alle in dem Wald da oben glaube ich ja will gar nicht da auch ich will erstmal hier rechts rum gucken was da noch so ist sein kann ach du kacke geht's alter naja wenn hier jemand ist dann herzlichen Glückwunsch ja da rechts in den Büschen könnte theoretisch noch was sein gammeln halt alle in den kack Wald da oben noch ja hier liegt doch einer jetzt mal der MX gucken wie viel Max der hat hier vier Max ach nicht der hat auch noch eine Kativa aber der gesilenced MX nämlich auch hier rechts unten kann da noch was sein hier rechts unten kann da noch was sein hier in den Büschen da ja der muss ja von Camino gekommen sein der Typ ja ich würd sagen wir legen uns wir gehen hier oben mal hin nochmal in die Zirkelmitte hattet ihr denn noch irgendwas interessantes nö wo bist denn du jetzt so hingegangen grad ich häng hier am Hang siehst du mich immer rumgammeln ja hier ich bin links von dir na jo bleib hier am Hang hier sehen die mich nicht und ich kann ganz gut einsehen wenn der nächste schwingt zu uns kommt wer perfekt haha ja stimmt allerdings da ist einfach eine MX mit vier Magazin ja so vorkommen ne gleich geht richtig ich glaub gleich geht richtig battle los hier ja normalerweise müssten die sich ja jetzt alle sehen ich bin ein bisschen nach links geflankt naja mach die rechte Flanke mal ja außerdem kommt jetzt wirklich einer die Buschreihe da hoch da hinten ich check nochmal die Buschreihe neben noch so viele ja bist du das? ne das ist die Buschreihe wie ich gesagt hab ja bei mir ich bin fucked ich bin so fucked Alter direkt an der Leiche ist der von dem anderen Typen? ja von dem anderen Typen ja ich renne mal zurück ich verstehe mit der Enfield vor dem und der Typ ich renne grad unten rum zu dir ich will grad nicht wirklich einen Fight mit dem haben der liegt da drin? der lag der war direkt an der Leiche grad hinter dem Stein irgendwo da ich hab kurz den Kopf gesehen aber da waren auch grad die Schüsse da unten oh der hängt jetzt wirklich da unten am Hang wenn dann hängt der da jetzt unten am Hang weißt du was das für ne Waffe war? konntest du das hören? ah ah ich bin mir relativ sicher dass ich da gerade gesehen hab na du wurdest ja auch von da beschossen ich wurde nicht beschossen da haben die zwei andere beschossen aber ich hab dann den Typen das hat er das haben was heißt da ist er? hinter äh da wo du gesagt hast nimm mal am Hang wenn du jetzt auf den Stein guckst genau da hinter am Hang ja siehst du ihn? er hat wieder gepiekt so so war das war das ja da ist noch einer ja ich wollte grad sagen tauchanzug hat der eine an wo ist der einmal? pusht du den gerade? hab ich aber irgendwas gesessen? hab ich gerade irgendwas gesessen? die 36 hört sich so weird an hier nimmst du da der hat noch drei Madkits der hat auch noch hier eine große Dreierweste und die Enfield Muni glaube ich ich Mad einfach einmal wo es eigentlich nicht unbedingt nötig ist aber der hat noch zwei Lead Clips und zwei Booster ich glaube ich nehmen die M4 jetzt oder? aber du hast ja du hast ja noch wie viel Muni hast du noch? ich hab noch genug kommt von rechts oben ja ich dachte ja an den Steine grad aber das ist alles noch hinter der Koppel da auf dich? jetzt auf dich da oben Stein irgendwo siehst du die beiden größeren Steine? hockst du da? bist du da? das bist du nicht warte nein nein ich hab der war hinter uns echt? ja der war hinter dir schau mal hier das bin ich jetzt hier hinter dir und da stand der Typ ja hier ich wurde von hier oben beschossen wenn du jetzt so hoch guckst siehst du dir die beiden Steine da ne? ich schon gestrickte? der hat eine MX hier aber der hat nicht der hat keine Muni mehr der hat keine Muni mehr dann lass uns einfach rein wir leben denn noch hier also zwei weitere noch und ich weiß wo sie beide sind echt? ja in die Richtung äh was ist das? 4 Grad da sind sie beide ah ok einer ist gestorben ja ja der wurde aber gekillt mega weird kann nur Sniper sein wenn wir das nicht hören Diaper oder THG? wollen wir den Zirkel einmal links umlaufen? ich bin gerade dabei soll ich hier warten oder willst du es allein machen? ja äh kannst doch mitkommen ist egal ich glaube ich habe ihn ganz oben drauf am Baum ich weiß nicht warum er nicht umgefallen ist da steht so ein schmaler Baum da ist er dran hab ihn nice puh geile Runde alter ich weiß gar nicht warum ich den nicht getroffen habe nein er war gerade am Metten oder so keine Ahnung war gerade mit dem Metten fertig und dann ja keine Ahnung hab ihn auf jeden Fall alter auch mega weird war der Typ hinter dir auf einmal ich denke mich so hast du jetzt Kleidung gewechselt oder was ist los weil der hatte halt auch eine X aber du hast halt einfach ne ne gesagt ich weiß gar nicht mal was ich gefragt hatte aber was hab ich denn bei mir musst du mal gucken was ich auf dem Kopf aufhabe erkennst du dann eigentlich immer ziemlich schnell wenn was? was ich auf dem Kopf aufhabe weil ich nie Helme anziehe echt? ja der hätte ja immer mega weird da hinten und zweitens bringe ich nix weißt du? ja scheißegal Hedgehot ist Hedgehot